wieder moin moin die leute auf youtube danke fürs reinscheiden zu einer neuen runde minecraft im schlafmodus behaupten wir schlafen erstmal hier in unserer neuen hütte die noch ohne boden da ist und hier oben luftig wirkt aber es ist ja auch wirklich nur eine not 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 behausung mehr soll es nicht dienen und also hier wird keine neue siedlung oder etwas entstehen das aber nur um hier fällt man davon von hier aus durch den sumpfen war zu laden noch mal zu gucken was da so abgeht ich schlafe mal gute nacht sehr gut geht es wieder aggressiv heute unterwegs was da los gehört recht geschlafen stelle so heute kommen wir dazu dass wir zurück zu unserer umsprung space kommen und dem pool weiterbauen dann haben wir endlich diese schönen deine hier die ganzen hellen keramik steine für den boden und falls wir lust und laune haben auch noch unter rum mit dem roten stein oder vielleicht machen wir auch ein abwechselndes muster oder vielleicht dass wir es auch einfach sein und man es nur weiß was gehört alles glaube ich schon zum schluchtsystem die hier so richtung siedlung geht wer immer karotten ja ich weiß gar nicht warum ich bisher gar keine karotten habe war eigentlich los oder nicht das passende billion gefunden wo man karotten irgendwie organisieren sind oder irgendwie so ein händler der karotten anbietet aber jetzt eine stunde spielt aber ich werde verrückt mit tastatur du spielst doch sonst auch mit tastatur oder das spiel ist nicht richtig zusammengestellt und damit zu spielen okay so merkwürdig weil das weiß ich nicht auch schon ein paar jährchen älter ist ruhig und schnappst du gehört genau oder jemand nehmen das erklärt na gut also nötige logischerweise niemanden zum mitspielen weiß ja noch nicht unbedingt dass ich das spiele vielleicht spielen wir ja auch notruf 112 aber das hat wohl auch noch bugs habe ich habe hattet ihr geschrieben ab gestern hatte das im chat geschrieben aber ich habe schon bock das ego noch mal anzutesten ich weiß nicht was an der bewegung oder an dem ding so schlimm ist da muss ich mir muss mir mal erzählen dann was ist unser weißen keramik das jetzt hier das rätsels lösung rundherum einmal rot und schere 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 schräg da am auftauchung auftauchen genau das pferd organisieren wir uns ja auch noch steht extra im titel deswegen das ist auch das ist safe für heute abend auf jeden fall wenn man fährt noch semen ich will noch mal gucken oh gott ob sich die arbeit jetzt gelohnt hat dass wir keramik geholt haben und das gleich auf dem boden gut aussieht dann hier habe ich natürlich probleme wegen rot außen der weiß über alle fehler bescheid das ja auch gut da werde ich wahrscheinlich ein bisschen paar wochen auch warten bis das ausgemärzt ist sowieso nicht so dass ich jetzt auch warte ich habe lange weile aber das spiel habe ich zur verfügung gestellt gekriegt und wird wahrscheinlich mal antesten demnächst ist gefühlt noch strömungen drin aber ich finde von 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 der farbe her ist das wirklich schon mal ein bisschen schöner als die wolle dafür hat sich die arbeit schon ein bisschen gelohnt wirkt schon schön klar jetzt kommen wir mal wie es aussieht und rundherum eine rote schicht ziehen oder das dann sein lassen mit der roten schicht das einfach nur machen um so ein bisschen weißes baumaterial zu sparen jetzt sollte man leuchtturm bauen also schon die fische greifen an damit kann man doch eigentlich leben oder und sagt ihr schöner neuer boden im pool die ecke da hinten ist natürlich ja ist natürlich der generellen tool form geschuldet gefällt mir auch nur beschränkt gut aber sieht schöner aus als als vorher finde ich das ist schon das schon schöner in der pool boden jetzt hier am start auf jeden fall und ich das ganze zeit aus eigentlich schnell so ne genau schöner pool boden ist hier am start die gute aussage hier rechtschreibung ist auch immer meins genau in ende um gute nacht dann gibt es einschalten so also wir extra pool aber wieder ein paar steine obwohl wir können eigentlich erst oder machen wobei am releasetag weiß ja noch gar nicht was alles nicht läuft oder dass ich erst nach ein paar tagen mit so 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 wieder einer fertig dass wir doch ratzfatz was essen okay also war so schon so baggie ich kenne ja auch den ersten teil nicht so kennen das falsch gesagt ich habe nie gespielt habe ich mich mit das hier was bei ego so komischer lenkung es hat das spiel auch jemand von euch oder es geht der einzige der sich das meldmann gegönnt hat warum eigentlich gern mal das auch irgendwo gesehen aber weiß es nicht mehr ich wusste es ja auch nicht mehr das was wir passen so wirklich dunkel aber da schaffen wir noch in der gute hoffnung ja nicht wenn ich so bau gut so so den auch wieder haben schön ist natürlich echt nur so ein kleines gimmick dass man hier hinkommt und der boden sieht so aus ist halt echt nur nach nice to have ist nichts weltbewegendes aber musste so sein so und dann haben wir diesen teil tatsächlich langsam abgeschlossen in der gestaltung da muss man natürlich sich echt dann können machen wie ich jetzt hier noch weitergeht ich denke hier diese grünstreifen damit muss irgendwas passieren und wenn wir dann nur diese blumen zum beispiel hinsetzen als hecke natürlich zu wenig von aber ich habe hier auch diesen anlass gesetzt oder ich glaube das ist automatisch ein bisschen unterschiedlich oder okay ach so ja okay ich habe die nähe ich kann ihn eng aneinandersetzen scheinbar aber wir haben davon natürlich jetzt viel zu wenig das hause zu einziehen ok das ist echt wenn wir hier so ein bisschen anders geht das nicht spinnen kommt ja oder halt hecke war einfach zweier hochhecke aber irgendwas muss dahin auf beiden seiten jetzt wird sich eine monster falle gewünscht sowie damals alles ein anderes probier also das ist too much auf jeden fall für nur diese woche und dieses riesige hochhaus das ist auch echt zu groß ne aber so monster fallen muss ja irgendwie so groß ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht mehr weil ich nicht mehr ansatz also sind die grundaufbau weiß ich noch oben war ein großer dunkler raum wo die zombies spawnen mit unterschiedlichen stellen und dann glaube ich mit wasser richtung mitte kommen oder dann richtung mitte gelaufen sind dann irgendwie runterfallen und schaden kriegen bis auf 1 2 herz und dann ein schlag und tot irgendwie so war das irgendwie so war das in der wendung hat er schon wieder rum was machen sie da morgen haben wir noch mal ein schimmer oder jo da kommen wir gut weil wie gesagt schon sagt ein affer auch geil schön auf die karte geknallt beim reinspringen also die blumen die sitzen so ein bisschen krumm und schief das gefällt mir wiederum nicht ganz so gut ob so eine zweier hecke einfach mal gucken wie das aussehen würde oder wir müssen das um gerade an die wasser wasser müssen wir da unter der machen uns verweckt das ja wieder da sind die schienen rosen oder kleine bäume sowas was ja auch beim strandhaus versucht haben einfach so das kann ich eigentlich auch noch mal gucken vielleicht dann zwei holz hoch bei zaun hoch praktisch und dann so einen kleinen grünen oben drauf oder halt so eine hecke die so alleine aber halt noch zu langweilig wird da muss dann eigentlich noch irgendwie irgendwas hin ich finde ein hoch oder zwei hoch ja hier vorne muss auch noch was hin wird ihnen eingeladen ein 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 Frech. Frech. das würde eigentlich hier zur erde na gut aus youtube sicht liebe leute war es das habe ich schon gedacht danke euch fürs zuschauen der nächsten folge werden wir uns ein pferdchen organisieren hätten steht ja schon ziemlich lange so gepflegt ist um wahrscheinlich reicht es nur für für so eins wir müssen mal gucken danke fürs zuschauen in der menschen wird losgeworden vielen dank bis dann und tschüss